hallo und willkommen zurück zu Dishonored 2 ich habe mich woanders hin begeben weil da wo ich vorher war bin ich direkt gesehen worden als ich wieder im spiel drin war also ich habe super gespeichert das hat mich richtig gefreut was ich aber gerade entdeckt habe sollte mehr speichern mehr was happening ich zeige euch sofort was ich entdeckt habe das da das habe ich entdeckt keine ahnung wo der ist und zwar ich habe nur kurz gespeichert ich traue mich hier nicht rein ich habe keine zeit für spielchen hä hier war so eine person hier war eine person die da Wer da ist? Okay. Oh, 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 oh. Was war das? Okay. Haben die mich denn jetzt gesehen? Ähm, und zwar scheint das so ein Infizierter zu sein. Der hat mich eben voll abgemetzelt. Oh, ey, könnt ihr mal woanders hingehen? Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ausmacht, weil ich den getötet habe. Ich hoffe nicht so viel. So, ich wollte aber das hier haben. Äh, okay. Ein Knochenartefakt, kräftiger Hieb. Gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns aber jetzt gleich erstmal die Leiche an. Was da überhaupt... Öh. Ne, wir stellen bestimmt keinen Alarm. Geklaute Tresorkombination. Ich bin sicher, dass ein Student in meiner Vorlesung die Kombination für mein Tresor aufgeschrieben hat. Dieser reiche Dilettant war es, der als Zeitungssupporter groß herauskommen möchte. Hinterlistige Scheißer. Äh, hat sich eine passende Karriere ausgesucht. Und sein Fastnobter Cousin führt einen Schwarzmarktladen in der Nähe, wird also in ihrer gut betuchten Familie liegen. Jetzt muss ich Margarete bitten, die Kombination meines Tresors zu ändern. Margarete, hat die das denn gemacht, die Margarete? So, ja, wir... Da hinten ist, glaube ich, die Wohnung dann. Okay, wir schauen uns den nochmal genauer an. Nestwächter. Okay, ich glaube, das ist okay, wenn wir die töten. Nehmen wir. Nehmen wir. The Crown-Killer is watching. Woohoo. Okay. Schnell hier kaputt. Okay. Wo sind wir jetzt? An einer guten Stelle, würde ich sagen. Nicht, um die Folge zu beenden, sondern um weiterzukommen. Uh, okay. Da rein und da unten. Da, hinten. Okay. Da ist der Wahlöltank. Yippie. Okay. Das geht gut voran. Das hier nehmen wir auch. Ich konnte den auf jeden Fall nicht mit meinem Schwert töten. Also, ich war einfach zu blöd. Das kann natürlich auch sein, dass das bei mir nicht ausgeschlossen ist. Ah, hier. Wo ist der Code denn? Äh. Oh Mann. Da stand kein Code. Wo ist denn die Margarete? Ich möchte hier gerne wissen. Moment. Wir schauen. Ach, der ist ja gar nicht. Ich habe gerade ein anderes Spiel gespielt. Äh. Daher. Wissen und Karten. Erkenntnisse. Ja. Da haben wir alles gelesen. So. Geklaute Tresorkombination. Ist aber nicht da drin. Der Student. Nee. Tresorkombination. 6, 1, 8. Wehe, die Margarete hat es umgestellt. Wuhu. Alles voll. Aber sehr, sehr gut. Okay. Das speichern wir direkt mal. So. Äh, nee. Wir wollen hier Laus. Nicht raus, sondern Laus. Bin mir echt nicht sicher, wie ich da hinkomme. Oh, da sind auch schöne Sachen. Da komme ich auf jeden Fall durch, anstatt da, da durch zu gehen. Warum sieht es mich nicht? Okay. Äh. Äh. Was ist da unten lang, ne? Kann ich hier hin? Das Wasser ist manchmal widerlich. Es fließt vom Brunnen zum Keller des Konservatoren. Ja, klar verstecke ich mein Gesicht vor. Ja, klar verstecke ich mein Gesicht vor euch. Oh ja, hier hin ist es wirklich zwecklos. Das hier ist dein Ende. Uuh. Du bist tot. Kann ich rennen? Zwecklos. Hä? Das war doch nicht immer wieder. Dann hier hoch. Hä? Okay. Oh, hier war ich auch noch nicht. Schön. Die Stadt ist schön. Oh. Oh. Was ist das? Condemned you infestation. Infestation. Ja, ich würde sagen, das ist wirklich ein Infest. Na, 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 na. Let's try again. Getötet habe ich nie, Mann. Aber das steht fest. Jetzt hängen die da alle rum, oder was? Irgendwann finden wir dich. Ich hab dich schon gesehen. Herr Alarm, was ist hier los? Hallo? Ist da wer? Bevorzeigen und Namen nennen. Nee, ist jetzt hier Alarm? Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, ich auch nicht. Ich finde dich schon. Komm raus aus deinem Lauf. Ich muss mich schon. Äh, wo ist sie verdammt? Da oben ist auch ein Weg, ne? Was sind die denn jetzt? Sind sie... Oh, die gehen. Ich hab keine Zeit für die Stimmung. Komm, sieh vor dir nicht. Du musst Augen offen halten. Hä, wo ist ein... Hä? Ich kann mich da irgendwie nicht runter teleportieren. Wow, wow, wow. Oh, ich würde gerne so ein... So von oben auf sie drauf springen. Wir warten alle auf dich. Oh, warum sind denn hier so viele? Das ist doch kackeh. Oh, ich könnte von da oben vielleicht... Mal schauen. Ich würde den Turm außer Gefecht setzen. Oh, yo. Tatsache. Ich komm da auf jeden Fall dran. Was war das? Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Okay. Na gut, das war ein Missgeschick. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich versuche da echt so gut, wie es geht, ohne aufmerksam auf keinen Reiz zu kommen. Aber ihr merkt, es ist einfach fast unmöglich. Das ist einfach schon krass, wie schwierig das ist, hier so unauffällig zu bleiben. Die Schwierigkeit habe ich übrigens auf normal, also... Eigentlich sollte es nicht so schwer sein. Ich schaue mich hier mit dir. Moment, ich sehe mich da drüben. Irgendwann finden wir dich. Hä? Ich finde dich schon. Ich helfe dir, was du... Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, sie kommt jetzt beim Lauf. Sofort zeigen und Namen nennen. Flucht. Ne? Oh. Nein, ist die... Ich glaube, das war nicht so gut. Wir müssen etwas finden. Ich habe dich schon gesehen. Moment mal kurz. Okay, ich habe gerade mal geguckt, wie unser Chaosfaktor ist. Alles absuchen. Also eigentlich... ...könnten wir das hier doch schon drin lassen. Wir müssen uns auf einen Fernkampf. ...können wir das hier doch nicht so gut machen. In der Stimmung. Komm sofort raus. Okay. Cool. Los. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hast eh keine Chance gegen uns. So. Okay. Nochmal hier oben drauf. Ich warte immer jetzt, bis da die Feilchen sind. Also nicht die Blumen, ne? Sondern die Feile. Es sind immer noch so viele. Obwohl ich das... Na, egal. Aber das kann uns jetzt nicht mehr stören. Dieses doofe Ding. Ich weiß, was ich machen könnte. Wir können nochmal den einsetzen. Super. Die läuft genau dahin, wo wir hinwollen. Wo versteckst du dich, Feigling? Die sind ja nicht hinterhergelaufen. Pass bloß auf, wer, Jungs? Warum nicht? Bleib Wasser. Lauf. Lauf doch. Bin's nach Gnade. Dir werde ich zeigen. Verdammt. Ich bin blind. Okay. Gut. Das hat nicht so gut geklappt. Ich muss hier irgendwie runter. Ich kann mich hier irgendwie nicht runter teleportieren. Das ist doch bescheuert. Warum denn nicht? Hier kann ich mich hin teleportieren. Bescheuert. Na gut, wir gehen hier hinten rum. Der hat uns nicht gesehen. Alles gut. Oh, Scheiße. Hier ist einer gewesen. Okay. Ach, ich hab... Ich drück hier immer E anstatt F. Ich hoffe auch. Oh, der ist ja hinten eingelaufen. Okay. Der Süße ist weg. Ich hab echt Hummel im Hintern. Ich muss den echt ein bisschen ausschalten. Oh, dass er mich nicht gesehen hat. War... War glücklich. Das muss alles gemacht werden. Ich weiß aber nicht was. Schlaf. Schlaf. Okay. Und der hatte auch irgendwas dabei. So, und der da hinten ist aber noch irgendwie am Gucken. Ich glaube... Was? Wo kommen die Randen her? Ey, du Spasti. Geht's noch? Ich muss auch ein bisschen mit dem bewegen. Oh, wir können hier rein. Oder? Ups. Nichts? Okay. Ich spiel später Würfel. Auch Lust? Klar, bin dabei. Kommst du heute Abend mit? Klar. Nein, diesmal nicht. Ich nehm' mehr. Ich geb' die nicht mal her. Nö. Das ist, äh, mein Stil. Was ist hier passiert? Nein, das ist eine Falle. Und hier ist eine Falle. Die aber ausgelöst wurde. Wow. Erschrocken. Zum Glück war ich hier links anstatt rechts. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Oh, das ist nicht so gut. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Was gibt's hier noch so? Die brauchen, glaube ich, gar nicht zuschleichen. Okay. Bisschen Wasserverschwendung hier. Da sind wir gekommen, ne? Ah, okay. Dann kommen wir hier oben drüber. So. Ich würd' sagen, wir beenden die Folge hier. Und sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ich weiß nicht. Dr.